Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer zum allerersten Sportreport-Podcast, zumindest zu einer Ankündigung. Und mein allererster Gast ist heute Ex-Profi-Boxer Markus Nader, der am kommenden Samstag bei der Bounce Fight Night diesmal nicht in die Boxhandschuhe schlüpfen wird, sondern in die Rolle des Organisators. Markus, grüß dich, servus. Servus, hallo. Servus. Markus, jetzt am Samstag ist es soweit, die Bounce Fight Night steht vor der Tür. Wie sehr grüß das schon? Ja, sehr. Wir haben hochgerätige Kämpfe, unter anderem zwei Frauenweltmeisterschaften, worüber wir sich sehr, sehr freuen. Das Comeback von Fadi Merza und natürlich unsere Rotdiamanten, der Sion Salami und der Mowen Karase, die zeigen werden, was sie drauf haben. Des Weiteren haben wir beim Olympischen Boxen aus der Schule Bounce zwei hochgerätige Sportler. Und auch einen Master-Box-Kampf, der ab 40 bis 60 Jahren es erlaubt, Sportler oder Spätentschlossene sich gegeneinander im Boxring zu duellieren. Da kämpft unter anderem der Rechtsanwalt Freyann Höllwart gegen einen anderen Rechtsanwalt Stefan Hicke, was sicherlich für viel Spannung so angeht. Du bist ja kürzlich zurückgetreten, es ist gefühlt nur ein paar Wochen her. Wie geht es dir jetzt derzeit? Da habe ich sehr viel zu tun. Ich komme kaum zum Trainieren. Dementsprechend schaue ich aus. Ich schaue derzeit aus, als hätte ich fünf Boxhandschuhe verschluckt. Das macht man auch an Gewicht. Geht man ein bisschen am Sack. Aber ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich nächste Woche nach der Fight Night wieder Vollgas ins Training einsteigen werde. Ja, das ist schon angedeutet. Langweilig wird es definitiv nicht, sogar als Organisator mehr als genug zu tun. Was steht jetzt noch an bis zum Samstag? Also kurz noch für die Zuschauer und Zuhörer. Wie zeichnen jetzt am Dienstag auf? Ja, die Tickets für die Sponsoren. Das ist ein erledigliches Sponsorenevent. Wir haben keinen Ticketverkauf. Wir verkaufen nur Sponsoring-Fläche an unsere Partner. Die bekommen aber die Tickets für den Einlass. Und das muss man einkovidieren. Dann natürlich ein paar Medienanfragen, die wir bearbeiten müssen. Und ja, auch nutzen. Und ja, dann geht es eh schon los. Am Freitag sind wir schon im Hotel. Und Samstag ist die Fight Night. Kannst du vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer und für die Zuschauer erläutern, was braucht es, um so ein Box-Event auf die Beine zu stellen? Und was ist jetzt so konkret auch deine Aufgabe hier im Rahmen dieser Bounce Fight Night? Ja, eigentlich wie alle Fightnets davor, bin ich mit der Organisation gemeinsam mit meinem Bruder zuständig, das Ganze auf die Beine zu stellen. Da geht es einmal darum, dass man Sponsoren fürs Event gewinnt, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil wir wirklich hochkarätige Partner haben, wie die Brau Union, wie Wein und Co., die unsere Sportler, unsere Gäste mit Getränken versorgen. Rechtsanwalt Höhlwart, der schon seit der ersten Bounce Fight Night dabei ist, Bang und Olofsner, wirklich sehr, sehr, sehr gute Partner, die da dabei sind. Und natürlich auch OF Sport Plus als Medienpartner, die uns seit der ersten Bounce Fight Night übertragen und es uns so mitmöglich machen, auch Sponsoren und Partner an Bord zu bekommen. Und darüber bin ich sehr, sehr stolz und dankbar. Es ist natürlich immer eine mörderische Aufgabe, so etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt denke ich mir oft, wie ich das geschafft habe, wie ich noch aktiv war, frage ich mich bis heute, weil das extrem viel Stress und Aufwand ist. Aber es macht uns trotzdem Spaß, vor allem wenn wir dann sehen, was wir da auf die Beine stellen und unsere Sportler gut in Szene setzen können oder beziehungsweise sie sich gut in Szene setzen können und dem Publikum gute Boxkänze beschreiben. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen im Vorfeld unseres Gesprächs. Und zwar gibt es jetzt bei der Bounce Fight Night ein Comeback, du hast es angesprochen, von Fadi Merser, zwei WM-Kämpfe und eben viele Otto-Kringer-Boxer. All das wird man am 6. April sehen bei der Bounce Fight Night. Worauf erfreist du dich besonders? Worauf dürfen sich die Zuschauer, Besucher insgesamt freuen? Jeder einzelne Kampf wird ein Traum werden. Aber natürlich mit viel Brisanz wird der Kampf von Fadi Merser sein. Der kämpft gegen keinen schlechten Gegner, sagen wir so. Also der wird sicher nicht kommen, um sich hinzulegen. Das haben wir gleich vom Vorfeld auch so besprochen, weil wir nicht wollen, dass da jetzt bei unserer Fight Night gegen einen, unter Anführungszeichen, Fliegenfänger Bock, der kommt und sich die Börse abholt. Nein, das ist ein Gegner, der schon gegen Ex-Feldmeister Vincent Feigenburg beispielsweise im Boxring gestanden ist. Also es ist sein Debüt im Profi-Boxring. Als Thai-Box-Legende hat er schon einiges erlebt. Aber wie er sich als Profi-Boxer tut, darf man gespannt sein. Dann natürlich unsere Damen, allen voran als Outkämpferin, die Michaela Kotaskova, die ja seit Anfang an bei uns in Bonn trainiert, die sich mörderisch weiterentwickelt hat und mittlerweile Platz 11 in der unabhängigen Weltrangliste ist. Da darf man gespannt sein, wie sie sich gegen die Argentinierin tut, die im letzten Kampf südamerikanische Meisterin geworden ist und argentinische Meisterin. Also gut, da habe ich schon ein bisschen gebraucht, wenn ich daran denke, weil ich einfach hoffe, dass das gut geht. Und so wie sie drauf ist, darf man positiv gestimmt sein. Aber wie gesagt, beim Boxen, wie ich ja selber erlebt habe, kann ja alles passieren. Gut, abschließend noch die letzte Frage, weil wir ja gesagt haben, es ist eine kleine Ankündigung, weil am Montag, den 8. April, werden wir noch ausführlicher plaudern über die Bounce Fight Night und natürlich auch über deine Karriere und über den Kampf der Kämpfe Mike Tyson gegen Jake Paul. All das dann am 8. April auf Sportreport, auf YouTube und auf allen anderen Kanälen noch. Sag Markus, wie ist das? Du bist ja der Organisator bei der Bounce Fight Night, aber wirst du dann auch ein bisschen die Rolle des Mentors, des Coaches auch einnehmen am Ring oder wirst du dich da eher zurückhalten? Da halte ich mich auf jeden Fall zurück. Das Training geben oder die Sportler zu betreuen, das ist nicht so meins. Ich kümmere mich um die Gäste, um die Sponsoren und hoffe, dass die einen schönen Abend machen. Für das andere ist mein Bruder und unser gesamtes Trainerteam zuständig. Ich will da keine tollen Tipps geben. Natürlich kommen die Sportler auch zu mir und frage mich mit meiner Erfahrung, die ich habe. Da kann ich ihnen dann natürlich immer wieder ein paar Inputs geben. Aber auf das soll sich das Trainerteam beschränken und ihre Arbeit in dem Sinne machen. Gut, dann sage ich vielen Dank, Markus. Ich hoffe, wir haben die Werbetrommel gerührt für den kommenden Samstag. Du hast noch einiges zu tun, deswegen will wir dich auch nicht länger aufhalten. Alles Gute, toll, 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 toll. Auf das alles gut über die Bühne geht. Wir sehen, hören uns am 8. April. Und ja, bis dann. Liebe Grüße und Attacke, bitte, Herr Schalz, nicht nur für den Prozess.